Ziemlich banale Probleme haben manchmal eine große Wirkung. In Gaggenau fehlen Parkplätze, nur eine Begründung, warum der Wahlkampfauftritt des türkischen Justizministers kurzfristig abgesagt wurde. Wir gehen davon aus, dass die Situation zu gefährlich werden würde, v.a. in der Halle, dass mehr Leute versuchen würden, in die Halle zu kommen. Der türkische Justizminister Bosta reagiert empört auf die Absage durch die Stadtverwaltung. Aus Protest lässt er ein Treffen mit Bundesjustizminister Maas platzen. Der wollte mit ihm über den in der Türkei inhaftierten Welt Korrespondenten Deniz Yücel sprechen. Auch andere sind empört. Auf die Idee, als Minister eines Landes in einem anderen Land Wahlkampf zu machen für eine Änderung der Verfassung, die höchst umstritten ist, in einem Land, in dem die Pressefreiheit eingeschränkt wird, willkürliche Inhaftierungen stattfinden, auf so eine Idee muss man eigentlich wirklich mal kommen. Das deutsch-türkische Verhältnis gestört schon länger. Auch Köln-Portz sagt heute eine ähnliche Veranstaltung ab. Gelebte Demokratie sei das nicht gerade, findet die türkische Gemeinde in Deutschland. Zur Demokratie gehört auch, dass unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Positionen auch ganz klar und offen dargestellt werden können. Und das müssen wir aushalten. Gar genau hat sich auf Sicherheitsbedenken berufen. Doch so einfach ist es nicht immer. Wo die Grenzen im Einzelnen liegen, müssen Gerichte entscheiden, wenn sich Veranstalter gegen ein Verbot wehren. Vielen Dank. Vielen Dank.